Geht weiter! So, letzten vier Level für mich. Wald der Wilden. Wald der Öffnete ist das Wilde. Wildes Ausschneiden. Wilde! Er war mal cool, ey. Wilde war cool. War? Er war cool. Er hat sich verändert. Ich kann das nicht beurteilen. Ich war immer cool. Nein, nicht du. Ja, ja, ich weiß, aber deswegen kann ich das nicht. Kannst halt nicht so. Aber andersrum kann das natürlich auch passieren, dass uncoole Leute auf einmal cool werden. Ja, richtig. Das ist aber meistens schwieriger. Na? Ja, ich weiß nicht. Kommt drauf an, ne? Ja, schwierig zu sagen. Kommt auf die Person an. Es kommt auch auf die coolen Kids an, ehrlich gesagt. Ob die dann so ein uncooles Kid akzeptieren. In der coolen Clique, weißt du? Ach, ey. Meistens war ich das dann immer so, der, der... Ja, ich war damals in der coolen Schulklicke. Der soziale, coole war ich immer, der immer dann uncoolen Kids die Chance gegeben hat. Wir hatten, äh, wir hatten die coolste Clique. Stefan war dabei. Karl Otto. Karl Otto? Ja. Ja. Geil. Das war sein Name. Ja, ist geil. Ach, fick dich. Fuck you. Und da war noch, wer war da noch? Ey, Dimitri? Dimitri. Dimitri, ey. Der Grieche. Ne, er war kein Griecher, aber Russe. Der Grieche. Das war's mitgekommen. Der Grieche. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die noch mal kommen. Was the hell, ey. Der Herr da, ey. Der Herr da, er müsste doch komisch. Ich zittel doch, ich zittel. Was macht der da? Ja, weiß ich nicht, er war da. Das zick mich voll auf. Fahr mal ihn, ey. Das war mies. Wer einfach angetäuscht hat, der Bastard. Ja, echt? So'n Stern. Boah, das weiß ich, ey. Wie geil, du noch ein Eierhaus bekommen hast. Ja. Ich weiß auch nicht, warum mein Handy hier die ganze Zeit Geräusche macht. Ich schreib dir jetzt. Oh, shit, ey. Egal. Ich rufe dich an. Handy. Ich merk's, ey. Ich hör's. Ich nerv's. Da müssen die Leute durch. Ich glaub, das könnte man sogar in der Aufnahme werden, ja? Ja, klar. Wahrscheinlich. Was soll ich denn machen? Online. Er ist online. Ich bin immer online. Was kann ich denn schicken, ey? Wirklich ein Schlimmes. Das Punken der Verstand. Ich höre. Oh, Gott. Oh, Gott. Der ist. Er ist. Der ist. Er ist. Er ist. toll. immer oder lasst nichts auf dann bist du geliefert was bist du eigentlich gerade? du kannst doch essen will ich das? was ist denn du? was ist das aber nicht nett? gar nicht. so. Ibo war auch noch in der Clique. Ibo war Türke. wir hätten alles vertreten. Multiculti. Geil oder? Ja ist der Standard. Ist der Standard sagt er weisse. Standard ist das nicht. Auf der Schule. Assi Schule. Ja nicht wirklich. War okay. War in Ordnung oder? War in Ordnung ey. Das war wirklich hier. Die war nicht schlecht. Die wussten ganz nun mal gut. War nicht schlecht. Ah die Eier. Wir haben überhaupt keine Besichtigung in diesem Spiel. Vor allem. Ne nicht in dem Spiel aber gerade da den aufzustellen das war keine Besichtigung. Ja. Weil den überhaupt nicht schaden kann. Er ist einfach da. Ja. Ja. Genau wie die beiden da. Ja. Das ist ja nur für das Fragezeichen. Aber der eine hat wirklich keinen Sinn gemacht. Der Pitcher. Oh hier brauchst du sogar den Stern. Was? Oh. Wie? Winnige klippsi.... Ich hab... ehrlich gedacht, du würdest es noch schaffen. Ich hab auch gedacht, ich krieg den trotzdem. Ja, dachte ich eigentlich auch. Bargstein... Nicht leicht Da guck, ey Wie Ja, das ist vorbei Bye, bye Junimond Es ist vorbei Ja, da verliere ich alle meine Leben Das schaffe ich nicht Es ist vorbei Bye, bye Leo Kaiser Weißt du, die meisten dachten jetzt, ich würde hier echt Weißt du, echt Nico hat er echt gesagt Ja, aber Das ist nicht von echt, das Original Da, guck mal, locker Kommt sie nicht vom Hocker Oh Nein Ja, ich hab die nicht gesehen Bullshit Das ist doch später quasi Hey Mann Lauf Lauf Schnapp dir die Sterne Du musst dir jetzt alles geben Du musst der Beste sagen Oh nein Oh shit Oh yeah Oh lame Wie immer, weißt du Das ist auch schon älter Das ist doch Nicht, dass ich jetzt hier gerade Tee und Bier zinke Mh, gut geschoben Schön gemischt Was ist denn hier los? Was ist los mit den Wolken? Hä? Was? Hä? Hä? Wie war das? Oh fuck that fucking shit Nice Was wollt ihr, ihr Nutten? Ihr Nutten Kameks Nutten Ja Wunscht man da ja Oh 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 Ah Durch Konzentration Oh Oh Du dich Spring Ich dachte, ich soll mich konzentrieren, wenn du so ein Kackler warst, dann geht das nicht Es gibt ja auch Tipps Oh nein, wieso immer ich Ich will das Mati machen darf, die Devils mit denen Kein Wunder, ey Weil die wissen, nein zu drohen Dann wäre ich zu Klaus Kinski, ey Warum? Weil ich weiß, ey, dass man den ausweichen muss Ja, dass ich diese Devils nicht machen darf, deswegen Der ist ja auch richtig Leichtum Vor allem, wie kurz sie davor kommen Ja, da war ich froh, dass ich sogar da weg bin So cool, wie ich da jetzt gerade Es ist nicht gesprungen Zum Glück war das ein Stärkkreis Wieso sind die Geistschei-Geist? Was? Was? Du labernst doch nicht mal scheiße, das ist ja schlimmer Ich? Ja Warum? Also du gibst schon 100% und stirbst trotzdem Ja, was kann ich denn dafür? Ja Wenn die Level halt mehr brauchen, mehr Prozent Was? Ja, wenn die Level 130% Power brauchen Gibt's nicht Dann kann ich ja wohl mal ein bisschen, äh Passiert das halt Ey, Mann Ey Ich lieg daran, weil morgen so ein schlechter Tag wird, ey Ich lieg daran, weil morgen so ein schlechter Tag wird, ey Morgen wird ein schlechter Tag? Ja Kann ich dir irgendwie weiterhelfen? Nee Kann ich dir irgendwie den Tag erleichtern? Ja, arbeite für mich Ist nicht gut Geh mir ne andere Option Ich kann ja irgendwie nicht erledigen Nö Geimpfpass Wenn man die nicht essen kann, ey, du hast mich verarscht Was kann ich essen? Man kann diese Geister da nicht essen Kann man nicht essen? Nee, die da nicht Die Feuerdinger meinst du? Ja Die kann ich nicht essen Da wär ganze das Ziel gewesen, ey Hab's doch Ja, ja Ich näher mich dem Ende Ich bin dafür, dass du die letzte Level auch machen solltest Nein, mach ich aber nicht Dann wird dieses Spiel halt nie beendet, weil du die machst Dann lass uns abwechseln Nein, wir wechseln da gar nichts ab Du oder niemand Du oder niemand Du oder niemand Du bist ja wert, ey Ich fordere nur mein Recht ein Ich fordere nur mein Recht ein Wer ist das? Stego Nocturnon Was ist los, ey? Was ist los, ey? Du bist Hä? Hä? Oh, diese Fehler Ah, meine Augen Ich kann nicht mehr spielen Wö? Wö? Was? Okay, der Anfang ist jetzt nicht so schwer Wie meint das denn? Was ist mein Controller? Wie das ist Müllding? Gut Gut Stego's Festung Juhu Das war knapp Aseh Nee 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 Nä Man lernt ein bleed Sonntag Gamescom Leute Sonntag Sodass in dieodesy Das Video bekommt wohl schon Später Okay, das kommt später Gamescom war geil Game avec Gamescom war geil So viele Leute Die habt uns Geschenke gegeben Leider war ich nicht dabei Hä? Ja, da war ich nicht dabei, hab ich gesagt. Achso. Aber ich, ich hab die alle angenommen, der geschenkt. Geil. Musst du gar nicht wohin damit. Massig Sachen, ey. Ein Auto. Reisen. Reisen. Geld. Einer wollte uns eine Reise nach Ägypten schenken, der wollte uns, glaub ich, loswerfen. Die hab ich nicht angenommen, weißt du, ich kann ja nicht alles. Haben Stefan gegeben. Ja. Stefan und Philipp. Guck mal, ey. Ich denke auf Nico. Nico und Moritz. Zusammen, ey. Die sollten dann, weißt du, die müssen mal wieder Freunde werden. Winterwochen? Ja. Sie sollen Kollegen werden. Kumpel werden, keine Kollegen mehr. Was sagst du denn? Was meinst du? Ich hab so einen geilen Schuss gemacht. Meinen, sie werden keine Kollegen mehr. Hey. Pass auf, irgendjemand davon ist ein Gegner. Wieso musst du die Sterne eigentlich essen? Der erste Endpost. Ich dachte, da unten wäre Stacheln, weißt du. Ich hab auch gerade die ganze Zeit gedacht. Boah, der lässt doch nicht mal die Gegner da fallen, weißt du. Die sind einfach weg. Oh, zum Gefolge, hast du's gehört? Da, er hier. Nee, weiß man auch nicht. Stimmt, mein Headset. So, endlich, ey. Ey, Weihnachten, drei Wochen Freude hab ich. Cool. Geil. Hast du Weihnachtsgeld? Ja, klar. Komm da rein. Muss man sogar, das ist ja so ein Labyrinth. Weihnachtsgeld, Weihnachtsfeier, alles. Geil. Schön auf Kosten essen. Mein am liebsten. Oh. Was? Wollt ihr mich jetzt echt verarschen? Wie, braucht man einen Schlüssel oder was? Ja. Wie, wie benutzt man den Schlüssel da auf diesem Korken? Einfach drangehen. Echt? 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 Ich käm' mich doch nicht aus. Ich kümmer dich, sag mal, ich kümmer. Boah, ist das nervig, ne? Aber geil. Ey, Weihnachtsfeier hab ich gar nicht mehr dran gedacht, aber geil. Gibt's auch ein Osterfest? Weiß ich nicht. Gehe ich nicht hin. Boah, ich krieg mich sonst. Schoko. Ja, geil. Ey, wo ist der Schlüssel? Das ist es. Boah, das ist so schwer hier, das muss ja sein. Wie sieht? Wie sieht? Boah, noch weiter runter. Wo kam ich denn her? Ich hab keine Ahnung. Das sieht nach Schlüssel aus. Ja, irgendwie schon. Pass auf, du hast nicht... Ja, hier sollte es reichen. Oh, jetzt ist es knapp. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, nice. Jetzt kommen wir schon Pro-Skills. Trihex. Ja. Was willst du, du Knecht? Was ist das Geile wäre gewesen, wenn er sich in die Höfe wein geschubst hätte? Okay, das war jetzt natürlich ein Mega-Fail. Nachdem du so geil abgegangen bist. Du kriegst den so nicht kaputt. Ja, da musst du jetzt ein paar Taten fressen. Ja. Da musst du jetzt ein paar Taten fressen. Das ist ein paar Taten fressen. Das sind Eier. Ja, da verschwindet er nicht mal ein Ei für die Wolke. Kann ich nicht. Ich brauche die. Das ist doch voll der Bullshit. Boah, jetzt aber. Guck, hast du gesehen. Das wird jetzt interessant sein. Keiner hat's gekannt. Mann, ey, das ist doch voll der Huren-Scheiß. Huren-Scheiß. Das ist was Neues. Huren-Scheiß. Huren, ey. Huren. Was gibt's denn da drin? Oh, ich glaube, ich leh mich kurz drin, ey. Ist nicht verarschen? Doch, echt? Ich muss mich kurz drinlegen. Ah. Ich muss gleich noch raus, Junge. Wohin denn? Na, auf. Um die Uhrzeit. Ja, immer noch. Achso. Nicht, ich hab acht Stunden gearbeitet, die brauchen nicht laufen. Das ist wahr. Oh, na gut, das ist eine gute Temperatur dann. Ja, das, ja, deswegen. Ey, jetzt aber, komm. Ach, jetzt geht das auf einmal doch? Wie geht das auf einmal doch? Natürlich geht das. Er holt ja bei mir gerade nicht. Nein! Ey, komm jetzt, das muss sein. Boah, was für ein Bullshit. Der hat sich echt genutzt. Heilige Kacke, ey. Holy shit. Was soll der Müll? Sollst du wieder Eier? Ja, was war denn in der Wolke überhaupt drin? Äh, Sterne. War heute in Hagen, ey. Könnte ich mich wieder aufregen. Du warst in Hagen heute? Ja. Das war Bescheid gesagt. Ja, Urvus. I love Hagen. Ich war am Arsch der Welt in Hagen. Hä, war ich nicht gestern... Am Hexter... Hexter See oder sowas ist das? Wat? Kennst du den? Ne. Weißt du? Hörst du denn? Helgengasch. Nehmen wir's mit H. Gestern war ich auch in Hagen. Was über Hagen kann ich alles sagen, ey. Da geh ich sowieso nicht. Na, wenn man in Hagen ist, Leute... Pff. Mein Beiler. Laufstumpfen? Gestern warst du in Hagen? Ne, heute. Ach, heute. Doch, gestern. Ne, ne. Oh, die. Was zur Hölle? Oh, shit. Das war hart. Oh, shit. Das ist ganz schön gefährlich. Fall durch diesen Wellengang, weißt du? Kann man nie sicher genug sein. Wie geht? Ist jetzt hier die Schließigkeit? Ich weiß es nicht. Kommt gleich wieder so ein Monster? Ein Blark! Ha, 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 ha. Boah, ist das jetzt langweilig. Boah, sowas finde ich unnötig. Das ist einfach nur eine Länge zieg. Warum, ey, warum? Die hoffen da einfach, dass mein Controller spinnt. Ja, aber ganz ehrlich, warum so eine Sequenz jetzt? Einfach Miyamoto. Das ist... Wer will ich jetzt irgendwie... Super, kommt so ein kleiner Dry-Bones. Fisch-Bone eigentlich. Puh. Ja, war knapp. Ha, knabbel Scheiße, war das? Nicht mal ne Boss-Tür. Was ich verdient. Ach, der war ja easy. Stego! Ich hätte nicht gedacht, dass du so weit kommen soll. Aber jetzt ist endlich Schluss. Ich mach ihn nicht fertig. Wuhuhuhu. Wuhuhu. 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 Boah. Wuhuhu. Das war schon Speedrun-mäßig fast. Äh, lass ihn doch einfach drunterlaufen. Zum Glück, Linde. Was? Das war's. Das war's. So ein geilen Weitsprung und dann mitnein, ey. Ich füge euch. Sieht die, du, mach dich platt, du, weißt du was? Dede, dedede, 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 dede, dedede! Auf Finale mach mal andern Mal, ne? Äh, ja, wenn du jetzt laufen musst. Nö, ich muss jetzt nicht laufen, dann können wir was anderes aufnehmen. Hä? Hä? Das war's. Schnitte.